... schon da gewesen, haben wir Interessantes gehört. Kelle Suppenmann vom Tour Lieferzimmer bis nach Australien. Wir freuen uns, ja ja, wir freuen uns nächstes Jahr auf ein ganz neues Boot für den afrikanischen Markt. Das ist ein Elefanteneintopf mit ganzen Rüsseln. Das ist was ganz Außergewöhnliches. Das darf man jetzt nicht, das sind die Büchsen etwas größer. Wird dann ganz da hineingeredet, was ganz Leckeres. Und wir wissen auch warum die Kängurusuppe so gefragt ist in Australien. Die SNB-Kelle aus Freude lieber aus der Dose.